Chalterich III. war der letzte Merovinger König. Es ist nicht bekannt, ob er der Sohn Tjeperichs II. oder Teuderichs IV. gewesen ist. Nach dem Tod Teuderichs IV. im Jahre 737 sperrte der karolingische Hausmeier Karl Martell, der im Frankenreich die wahre Macht ausübte, Chalterich vorerst im Kloster Sirtiu ein und ließ den merowingischen Thron dadurch vorübergehend unbesetzt. Erst als Karl Martells Sohn Karl Mann im Frühjahr 743 noch einmal einen Schattenkönig aus dem Geschlecht der Merovinger benötigte, wurde Chalterich freigelassen und intronisiert. Die Gründe dafür sind nicht ganz klar. Zum einen dürfte ein letztes Mal die Rechtmäßigkeit als notwendige Voraussetzung der Königsherrschaft diesen Rückgriff auf das legendäre, wenngleich machtpolitisch schon lange bedeutungslose Geschlecht bedingt haben. Zum anderen gab es wohl heftigen Widerstand der anderen Adligen gegen die Macht der Hausmeier. Weiter stand in diesem Jahr ein entscheidender Krieg gegen den Bayernherzog an, den die Edlen des Reiches mit einem rechtmäßigen König an der Spitze eher bereit waren zu führen. Berühmtheit erlangte der ansonsten in seinem Handeln fast unbekannte König nur durch seine Absetzung als letzter aus dem Geschlecht der Merovinger. Die langen Haare waren ein Statussymbol der Merovinger Könige. Eine solche Kunstfrisur ist auf dem Siegel von Chalterich I. stark schematisiert dargestellt. Das Gesicht ist bartlos, das volle lange Haar in der Mitte gescheitelt, in starken schlichten Strähnen sorgfältig herabgekämmt, verdeckt die Ohren und endet in schweren Lockenkneulen oberhalb derer die Strähnen mehrfach abgebunden sind. Mit dem Verlust der Haare ging auch der Verlust der Königswürde einher. Er wurde öffentlich geschoren und musste zwischen dem 31. Oktober 751 und dem 23. Januar 752 in dasselbe Kloster Sirtiu eintreten, in dem er zuvor gefangen gehalten worden war. Seine Gemahlin Gisela kam ins Kloster Kuchel. Pippin setzte sich als erster König der Karolinger die Königskrone auf, von den Merovingern hörte man danach nichts mehr. Chalterich III. hinterließ einen Sohn, der nicht in das Kloster Sirtiu eingewiesen wurde, sondern in das Kloster St. Vantrille. Von ihm ist ansonsten nur der Name Teuderich bekannt. Beispiele bin ich. Vielen Dank.